Mit 21, am 27.11.2008, hat er dann, er kannte Network Marketing schon, er hat dann PM kennengelernt und hat dann gesagt, jawohl, PM, das ist das Richtige und ist in dem Alter mit 21 mit dem Schnellstart gestartet und zweieinhalb Jahre hat er das nebenher aufgebaut, dann hat er seinen Hauptjob aufgegeben, weil er gesagt hat, ich will die Freiheit und die Unabhängigkeit eines Unternehmers genießen. Heute ist er im Präsidentsteam, herzlichen Glückwunsch dazu und bitte auf der Bühne gemeinsam begrüßen wir ihn, Otto Kartlitz, Präsidentsteam aus Österreich. Wow, das nenne ich doch einmal einen Kongress. 20 Jahre, heute haben wir alle Geburtstag, wir dürfen den historischen Moment teilen. Und danke an die Ankündigung, da wird mir jetzt erst so richtig bewusst, was in den letzten Jahren passiert ist, weil niemand kann sich das am Anfang vorstellen, was einen erwarten wird. Niemand traut sich vor allem selbst zu. Wir starten ja alle aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und so wie es bei mir war, damals mit 21 Jahren, da hat man vielleicht noch nicht so das Selbstbewusstsein, zumindest war es bei mir noch nicht so, da hat man vielleicht noch nicht so den Blick auf die Zukunft. Man hat viele Möglichkeitsformen, wäre schön oder das wäre mal super. Aber wenn man so wie ich klassisch als Arbeitnehmer aufwächst, so wie es im Großteil uns so ist in der Erziehung, dann ist es einfach so, dass man ein sehr guter Befehlsempfänger wird und Dinge ausführt. Und es gibt aber, und das ist das Spannende, eine Welt außerhalb von dieser Welt. Und die kennenlernen hat mich damals fasziniert. Das kann ich jetzt sagen. Vor sechs Jahren, beziehungsweise jetzt wären es dann bald sieben Jahre, da war mir das überhaupt nicht so bewusst. Denn wie ich, Otto Katleitz, mit 21 Jahren angerufen worden bin, an einem Montag von meinem Sponsor und der gesagt hat, Otto, was machst du nächste Woche Mittwoch um 17 Uhr? Habe ich gesagt, nix, weil da komme ich gerade von der Arbeit heim und habe gesagt, passt, du kommst zu mir um fünf Uhr, weil da lernst du was kennen, das ist vielleicht die Chance deines Lebens. Wie reagiert man darauf? Also nicht, yes, passt, ich komm, sondern, naja, oder man zweifelt doch. Das sind doch so Worte, so eine Bauernfängerei, denkt man sich dann, wir sind ja da so, also ich bin zum Beispiel Weltmeister, das wissen viele nicht im Ausreden finden. Oder Dinge vermeiden. Und der Spruch, den wir heute schon gehört haben, dass man sich selbst im Weg steht, auf dem Weg zum Erfolg, wenn man nicht mit Menschen spricht. Und all diese Dinge, die waren mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Ich habe gewusst, okay, es geht vielleicht um eine Chance. Habe mir natürlich nichts darunter vorstellen können. Ich habe nichts herausbekommen, weil ich habe natürlich vier, fünf Mal nachgefragt, um was geht es da, erzähl mir da ein bisschen was. Und da habe ich schon gelernt, hartnäckig bleiben. Es geht um einen Termin und es geht nicht um das, dass mir jetzt zwischen Tür und Angel was erzählt. Natürlich, immer wieder fällt mir da rein, aber das sind so die Dinge gewesen, die mir jetzt erst bewusst geworden sind. Gut, wo komme ich her? Wir haben es schon gehört. Nach der Matura, das war für mich die schlimmste Hürde, weil ich bin ein absolut schlechter Lerner. Also Schule war für mich immer mit Kampf verbunden. Und ja, dann habe ich bei mittelständischen Unternehmen angefangen, in der chemischen Industrie, im Büro. Und für mich war es immer so, zum Beispiel, jetzt haben wir so einen schönen heißen Sommer gehabt. Und wer vielleicht kennt das, wer sitzt im Büro oder man ist am Arbeitsplatz ohne Klimaanlage und man sieht draußen Menschen vorbeispazieren, mit einem Lächeln im Gesicht und du denkst dir, boah, was würde ich jetzt nicht alles dafür geben, die Zeit selbst bestimmen zu können und rauszugehen. Oder im Winter, wer gerne bei Sonnenschein im Schnee spazieren geht, nicht im Büro sitzen, sondern einen schönen Winterspaziergang machen oder andere Dinge. Also es fallen einem ja unter Tags immer hundert Dinge ein, die man viel lieber täte, als wie jetzt gerade aktuell seiner Arbeit nachzugehen. Und so ist bei mir dann die Idee entstanden, nachdem ich PM die Chancen und die Perspektive kennengelernt habe, so entstanden, boah, wie schön wäre das, wenn man sein eigener Chef ist. Wo man selbst über seine Zeit bestimmen kann, wo man selbst seine Chancen verwirklichen kann. Und der Beginn bei mir hat angefangen mit einem Produktergebnis. Und ich sag's euch, es gibt nichts Schöneres, als wenn man nach fünf Minuten ein Produktergebnis hat. Bei mir hat das eben so ausgeschaut, na ich hoffe, man kann es jetzt sehen. Und das war für mich der absolute Aha-Effekt. Weil da gibt es etwas, das funktioniert, da hat man einen Sofort-Effekt. Und das Schöne ist, ich habe natürlich nicht gewusst, was drinnen ist, wie das funktioniert. Ich habe nur gewusst, Glas Wasser, Pulver reinig, umrieren und du hast einen Effekt. Und das Beste ist, mehr Energie. Und das hat mich fasziniert. Ja, da habe ich natürlich dann sofort gelernt, weil das war einfach, war bei uns so üblich, den eigenen Erfahrungsbericht üben, weil das ist ja immerhin das wichtigste Werbeschild nach außen hin. Brauche ich für Einwandbehandlung, das brauche ich für das Kontakt, einfach für alle Dinge, darum dreht sich alles. Und da war jetzt die größte Überwindung für mich gefragt, nämlich vor Menschen zu sprechen. Und bei mir war das in der Schule so, dass das eine absolute Panik-Situation war, wenn ich gewusst habe, ein Referat oder ich muss jetzt von Klassenkameraden was erzählen, weil, logisch, man hat ja Angst, die lachen auch aus. Und ich bin aber dann draufgekommen, bei PM wirst du nicht ausgelacht, sondern die Leute applaudieren da. Du kriegst da eine Anerkennung für Überwindung. Und ich kann es euch sagen, nach meinem ersten Erfahrungsbericht, war ich 10 Zentimeter größer, darum bin ich jetzt 1,76. Und das ist das Faszinierende. Man schlagt da einen Weg ein, wo man Selbstbewusstsein entwickeln darf, Dinge lernen kann, die man sich vorher niemals vorgestellt hat, Menschen kennenlernt, die man niemals kennengelernt hat. Und wir haben jetzt gerade vorher von der Christine gehört, was man auf dieser Reise, muss man es ja schon fast nennen, alles kennenlernt. Der Punkt ist nur der, wir trauen uns das am Anfang nicht zu. Gott sei Dank, weil wir lernen ja Schritt für Schritt. Und darum ist unser Sponsor und die Apläne so wichtig, nämlich die sind ja schon ein Stück vorausgegangen. Das ist wie so ein Bergführer. Da habe ich mir ein schönes Bild kennengelernt. Der Bergführer steht da nicht unten und schreibt mit dem Megafon auf, sondern der geht ja voraus und du bist gesichert. Und das ist das Schöne. So sehe ich es hier im Network. Das sind so Bilder, ich brauche eben Bilder, damit ich es verstehe, damit ich Dinge wieder einfacher sehe, weil ich neige sehr stark dazu, dass ich gerne Dinge verkompliziere. Also ich bin auch so der typische PowerPoint-Bastler gewesen, die Excel-Tapeln nur mal ein bisschen verschönern. Also einfach all diese Dinge machen, damit man nicht ins Arbeiten kommt. Also so ein klassischer Verweigerer, Erfolgsverweigerer. Aber ich denke, das sind Erfahrungen, da müssen wir alle durch. Und ich wünsche an jeden, dass er solche Erfahrungen macht, weil dann versteht man seine Teampartner wieder besser. Weil wenn man jetzt länger dabei ist, dann sind gewisse Dinge selbstverständlich. Erinnert euch zurück, wie begeisternd das am Anfang war, dass man Network kennengelernt hat. Für mich war das so ein Bild. Das war ein Raum und da war immer der Vorhang zugezogen. Ich habe gar nicht gewusst, dass da draußen eine Welt existiert. Und wenn man dann einmal so einen Kongress erlebt, darum sind Veranstaltungen das A und O. Denn da geht es um Emotionen. Das ist das, was einen wirklich ansporend weiterbringt, weil man ein Gefühl dazu entwickelt. Und bei mir war das damals so, ich habe den Vorhang aufgemacht und habe mir gedacht, boah, da draußen gibt es eine Welt, eine viel aus größere Weltmöglichkeiten, Chancen und vor allem neue Perspektiven. Wurscht aus, was für einen Hintergrund, dass man kommt, das ist ja auch wieder das Schöne. Es spielt keine Rolle, wie alt man ist, wie groß man ist, ob man jetzt Erfahrung mitbringt oder nicht. Die schulische Bildung spielt keine Rolle. Jeder hat die gleiche Chance. Und so habe ich es für mich nämlich auch gesehen. Ein Mensch, der sich nicht so viel zutraut hat, aber Stück für Stück reinwachsen durfte. Und wenn ich da jetzt zurückdenke, wo sich das jetzt hin entwickelt hat, ist es einfach gigantisch. Finde ich brutal. Und wenn ich mir vorstelle, heute haben wir 20 Jahre, vor acht Jahren, habe ich auch am 20. Geburtstag gefeiert, da habe ich noch gar nicht gewusst von dieser Chance. Und PM, also legt es da wirklich euer Herzblut rein, weil das war zum Beispiel für mich der Grund, warum ich Herzblut reingelegt habe, dieses Autoprogramm. Und für mich war einfach das Wichtigste, ich habe halt immer gesehen, auch die schönen Autos, und ich wollte immer ein schönes Auto, ein neues natürlich. Und für das habe ich alles gegeben. Für das habe ich mir einfach den, auf gut österreichisch, den auch aufgerissen. Weil es mir wichtig war. Und der wichtigste Spruch, für mich war einmal am Anfang, nicht denken, sondern tun. Und einmal wieder einmal die Festplatten löschen. Also jetzt nicht mit Alkohol. Kann man machen, ist ein gutes Hilfsmittel. Aber, dass man wieder einmal sich selbst runterholt. Und mit einfachen Dingen wieder motiviert. Ja, PM, habe ich gesagt, bietet so viele Möglichkeiten. Ich habe Steffi kennengelernt. Ein Familienunternehmen ist mittlerweile draus geworden. Unglaublich. Also meine Eltern haben mir drei Jahre lang erfolgreich zugeschaut. Wobei, da muss ich dazu sagen, meine Mama arbeitet seit Anfang an bei einer Anwaltskanzlei. Logisch hat mir viel mit Zollen zu tun, mit Recht. Der Papa arbeitet in der Lohnverrechnung. Landesbediensteter. Also da zählt Sicherheit alles. Und ich muss natürlich dazu sagen, mein Spruch war ja dann, wie ich daheim angekommen bin, habe ich ja gesagt, ich habe was kennengelernt, wo ich 20, 30, 40.000 Euro im Monat verdienen kann. Nur die Begeisterung ist nicht umgekommen, aber meine Eltern. Also war ein bisschen realitätsfremd. War aber spannend dann, dass man Schritt für Schritt sein Nebeneinkommen aufbauen kann. So ein Glanz-Zubrot, Zusatzeinkommen. Später ist dann nochmal zweites Standbein da raus. Und zweieinhalb Jahre nach dem PM-Start ist das Unglaublichste eingetroffen, nämlich mit PM hauptberuflich weiter in die Zukunft zu gehen. Und das war für mich die größte Freiheit. Und auch, dann ist wieder ein Vorrang gekommen. Man hat plötzlich einen neuen bis zehn Stunden mehr Zeit am Tag. Und ich habe natürlich die neuen bis zehn Stunden so genutzt, dass ich viel nachgedacht habe. Ich bin da ganz ehrlich, weil ich denke, jeder fällt irgendwo einmal da rein. Also man lernt da ganz eine neue Disziplin. Und darum, die Kraft, nicht hörg nebenbei zu machen, finde ich einfach gigantisch. Weil du arbeitst strukturierter, du gehst mit deiner Zeit viel, viel besser um. Und derer Zeit habe ich etwas nachgetraut. Mittlerweile habe ich das wieder ganz gut in den Griff bekommen. Aber es sind einfach Erfahrungen, die uns ständig begleiten. Ein riesen Dankeschön natürlich an meinen Sponsor, Franz Brandstetter, der mich von Anfang an an der Hand genommen hat. War für mich ganz wichtig, weil der Sponsor vermittelt ja auch Sicherheit und Vertrauen beziehungsweise die Ablehung, wenn der Sponsor noch nicht lange dabei ist. Und ich denke, jeder neue Teampartner ist ja jung dabei, unabhängig vom Alter. Das heißt, es ist ein neuer Weg, eine neue Herausforderung, neue Überwindungen und alle brauchen da eine gewisse Hilfestellung. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Vorbilder. Ich denke, jeder, der jung ist, hat in seinem Leben schon mal Vorbilder gehabt, denen man nacheifert, wo man sich Ideen abholt, wo man sich gewisse Verhaltensweisen abschauen darf oder anschauen darf und mit seinem eigenen Stil dann weiter trägt. Und darum sage ich, sucht euch Vorbilder, Ziele, ganz wichtig. Das Schöne ist, man lernt das, darum gut, dass ihr seid, das war die beste Entscheidung des ganzen Jahres, den heutigen Tag zu nutzen. Nur dazu, wenn ihr wisst, was jetzt uns dann am Nachmittag beziehungsweise im Anschluss dann alles erwartet, dann werden wir sicherlich noch viel mehr motivierter. Also seid ihr einfach gespannt. Spaß gehört dazu. Ich lache auch gern, ich grinse gern, ich kann auch nicht ohne, das ist einfach ein Teil von mir und ich wünsche das an jeden. Bringt Spaß in eurer Geschäft, lebensfrei in eurer Geschäft, macht es sich locker und leicht, einfach, warum machen Menschen mit? Weil sie sich vorstellen, trauen, das könnte für mich auch funktionieren, darum ist ja unser Job, eher ein Bild von einer möglichen Zukunft zu zeichnen, wo sie sich selbst drinnen sehen. Das ist das Wichtige. So habe ich es kennengelernt, so ist es jeden einzelnen Jahr gegangen bei der Geschäftspräsentation. Es sind Bilder im Kopf hochgekommen, aber keine Bilder, die stark waren, sondern da ist ein Gefühl aufgekommen, ein Gefühl, wo es einen dann hinzieht. Ja, Gesellschaft ist ganz wichtig und für mich ist es faszinierend, dass hier bei PM, dass die Führungskräfte wirklich am Boden geblieben sind. Ich kenne es nur von meiner alten Firma, da habe ich den Firmenchef immer nur so einen gewissen Sicherheitsabstand gesehen, da hat man gewusst, wie schaut der von der Ferne aus, wie schaut der aus der Nähe aus und da mit PM haben wir einen Familienbetrieb und Familienbetriebe sind ja immerhin und das wissen wir ja in der Wirtschaft die sichersten Unternehmen, die es gibt, weil Werte hochgehalten werden und wir haben es heute schon gehört von Rolf Sorg, das sind die wichtigsten Punkte für eine stabile Zukunft. Erlebnisse mit PM, ich habe damals nicht einmal gewusst, dass eine Gala-Nacht des Sports, dass sowas überhaupt existiert, ich habe es dann mal gehört und dann wird man vom PM dazu eingeladen und das ist natürlich am Anfang total, wow, das überwältigt an, da sind alle gespitzt angezogen, da gibt es viel Besteck zum Essen und auch da lernt man wieder dazu und das sind Momente, die begleiten an, das sind Bilder, Emotionen, die brennen sich ein. Letztes Wochenende waren wir in Tirol, da haben wir natürlich dann auch ein bisschen bläht, da gibt es ja den Spruch Work Hard and Party Hard oder irgendwie so, ey, wurscht, in Google finden wir das. Und das sind diese Dinge, die Kombination, nicht isoliert irgendwas zu betreiben, sondern in der Gemeinschaft mit Menschen, mit einem Team, wo man gemeinsam an einen Strang zieht, wo man neue Erfahrungen macht, wo man Erfolge feiern kann, wo man das Leben mal von ganz einer anderen Perspektive sich anschauen kann. Und darum erinnert es euch zurück und helft es Menschen bei der Entscheidung, wenn sie unsicher sind beim Gespräch. Das ist unsere Aufgabe, Menschen die Sicherheit zu zahlen. Und das Allerwichtigste, was für mich den ultimativen Unterschied gemacht hat, weil wir zuerst schon gehört haben, es geht um die Emotionen, habe ich euch einfach was mitgebracht, was so ein Schlüsselerlebnis war für mich. Und zwar, wenn ich mit Menschen spreche, wurscht in was für einer Situation, Kontakten, Betreuungsgespräche und so, wie siehe ich mit uns selbst, wie fühle ich mich dann? Fühle ich mich da als Bittsteller beziehungsweise als Bettler? Oder siehe ich mich da als Gewinner? Also, stellt euch euch mal vor, als Gewinner steht man natürlich anders da, man hat die Schüttung unten, die Brust ist hier draußen, man steht gerade da, man streut was aus. Und das ist das, was wir doch suchen, so wie ich am Anfang. Wenn du einen Menschen an der Hand hast, der dir Sicherheit gibt, der gibt dir die Sicherheit nicht, in dem, dass er so dasteht und sagt, ja du, das schaffen wir schon und wenn wir da ein bisschen was machen, dann geht das. Sondern das geht dann, wenn wirklich was rüberkommt, wenn eine Emotion dabei ist. Und das wünsche ich. Und weil es auch um das Thema Entscheidungen geht. Hand ist der beste Tag für eine neue Entscheidung. Und der heutige Tag, und denkt jeder hat was zum Schreiben, am besten in Form von einem Buch, weil da verliert man keine Zettel. Und da schreibt sich eine, Hand ist der erste Tag meines neuen Lebens. Und wie fühlt ihr die Zukunft? Denn ich habe einmal das schöne Bild gezeichnet gekriegt, mit einem Bilderrahmen, der weiß ist und die Zukunft ist leer. Wir projizieren ja da Bilder rein. Und so wie wir es uns vorstellen, die Zukunft, so wird es. Ganz klar. Also, denkt einmal drüber nach, wann die Möglichkeit bestünde, das Leben nach euren Vorstellungen leben zu können. Wie wird die Zukunft ausschauen, die persönliche? Und dabei wünsche ich euch alles Gute. Trefft eine gute Entscheidung, mit Herzblut. Lasst uns nur einen gewaltigen Kongress miteinander verbringen. Super die 20 Jahre feiern. Danke für die Aufmerksamkeit und volle Kraft voraus. Dankeschön.